Dieses zu erwerbende 8-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Königswinter. 1910 wurde dieses 2-Etagen-Haus erbaut. Es hat 6 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1900 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 159.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020